Einem wundervollen herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von Final Fantasy 7 äh letztes ist Genova Upcon wir haben hier so ein Bossfight ge- äh platt gemacht wir haben Red gekriegt Red hat so einen Typen gekillt und was war jetzt passiert weiß ich nicht ich hab's vergessen Potion Potion Ich hasse diese Viecher Ich hasse diese Viecher über alles Kack dich mich äh kackt mich nicht an Spaß Leider hab ich einmal gefällt Zieht also nicht so viel ab Bam Wie heißt der Start wenn er das Das ist immer so lustig Magic Kur Auf dich selber Und Ja sonst verreckst du mich hier Das möchten wir alle nicht Auf die drei Wommern Stirb jetzt Stirb nicht Alle drei Ja 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 Ich kann auch nichts wirklich anderes sagen außer ja Weil Das ist Scheiße Ich hab Nämlich keine Ahnung mehr Von wegen der Steuerung So Ach die pennt jetzt schon Super Stürb jetzt Ich hab ge- Alter was ist das für ein Vieh Wie geht Wie geht Nur zwei Damage alter Fuck Das ist nicht schlecht Für einen normalen Gegner Okay Stirb doch Meine Fresse Stirb jetzt Ist tot Danke Ist tot Yay Tiefere 19 99 Boah ist das genau mein Geburtsdatum alter Es sieht So Es sieht wie ein Lead Up Potion 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 Und Eine Etage weiter runter Nein Keine Etage weiter runter Keine Etage weiter runter Ich Ich Geh Geh Ich Wollte gerade eigentlich Japan aber Ging ja nicht Kennt ihr das Problem Wow Einschauen Super Hier zu schauen Achso Magic Magic If you got a magic If you got a magic Machen wir das andere vier jetzt mal kalt und dann Ja sie werden stärker Man merkt es langsam Suizid echt als Ich bin behindert und jag mich selber in die Luft Echt als Toll Sollten Ihr mal auch nur an Irgendwas zum angreifen gehen Es geht weiter hoch Also Genova geht weiter hoch Wir müssen eigentlich nur der Blutspur hier folgen Okay Okay Vielleicht kann man nicht drüber laufen Ich kann mich noch gut daran erinnern dass wir wirklich Rauchen Äh Dieses Kür Ich kann mich erinnern dass es noch schwer wird Hier in dem Gebäude Vorhin mit meinem Levelstand Ist nicht gerade aber sehr stark Los Greif es an Vorhin mit unserem Item stand Wir haben hier gar nichts Uh Hit Critical Hit Mein ich Sorry Mit dem ganzen Scheiß hier kommen wir nicht weit Spirit Geist plus 10 Okay Das heißt Versteckt hier magische Angriffe Phoenix Down zweimal Kür Kür Ähm Öhm Das ist ja nicht was Nur nicht was zu machen Ich hab gedacht das macht magischer Angriff Griffe stärker Tja hat es aber nicht gemacht So hier ist eigentlich relativ egal wo du irgendwann lang geht Ich katz mal mal kurz kurz meine Nase Weil hier Wurde natürlich Präsident Shinra abgestochen Von einem Schwert WTF WTF He's dead The head of Shinra is dead Ja sieht so aus Then its sword must be Severod's Severod's is alive Looks like it Only Severod can use that sword Who cares who did it This is the end of the Shinra Huh WTF Da ist ja noch einer Es crackers Aber Was sie Wt ini S开 Severod Semerk Seroc 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 Ja, I saw him with my own eyes. Oh, really I saw him. He said something about not letting us have the promised land. And does that mean? The promised land really does exist and the Sephiroth is here to save it from Shinra. So he is a good guy then. Save the promised land. A good guy? No, no way. It's not that simple. I know him. Sephiroth mission is different. Rufus? I forgot about him. Who cares? Why is President Rufus the present son? Geh jetzt ganz ganz kurz hier hin. Versuch mal das Schwert aufzuheben. Give me the sword. Oh, schade. Geh echt. Yeah. So, Solstitrius was actually here. By the way, just who are you? I'm CloudX soldier first class. I'm from Evelyn. Me too. Hi. This may be so good. I floored a girl from the stands. Eh, we said. Bessie man. What a cruel. Well, I'm Rufus, the president of Shinra Inc. The only president cause here old man died. Correct. Correct. I g- Correct. I g- You hear my- In-off-correction speech. Father tried to control the world with money and that worked for him. The people believed, uh, believed that Shinra would protect them. Work at Shinra's, get your pay. If terrorists attack, the Shinra army will help you. It looked per- It looked perfect off the outside. But I don't do things differently. I control the world with fear. It's too much to do it like my old man. Ah, yeah. Fear will control the minds of the common people. They have no reason to waste good money on them. He likes to make speeches just like his father. Get Eris Otter the build. What? I explain later, Barret. This is the real crisis for the planet. The health that's supposed to make me. I- 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 I'll explain later. You'll take my- Uh, word. For now. I'll go after I- I take care of him. Alright, Cloud. Yeah, it's good. Let's take a deep and run with her around. No, Airis. Cloud, I just- I just thought of something. I'll wait for Cloud. Everyone get to the elevator. No, we'll take a deep. Es wird ziemlich arg von hier. We should check on your equipment. Cloud Antifa's Material, remove, leave it. Ganz kurz.